mein leute und ein herzliches willkommen zurück zu einer folge rafft 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 mit die mike zusammen ihr will ladies and gentlemen wie sie sehen sind wir in utopia angekommen und da ist ein schwein die sind ein schwein nein da ist ein schwein das rennt da gerade das borsten schwein das ist wie das eine hyäne oder das ist eine hyäne zumindest hat sie so gekriegt bin ja am brutzeln ja nimm dir mal ein paar suppen mit sonst inventar ist schon leer habe ich erst mal voll mit das dann mache ich mich erst mal voll mit hier wo wir müssen doch den computer ausmachen die hyäne macht ja gar nichts hat doch jetzt die rennt weg die sau das ist die hyäne jetzt ist das müssen wir damit machen und aufeinander stehen das reihe ich habe ein stromkabel kabel ziehen und nein wir müssen schon wieder strom verlegen mike nein wir haben unter seilrutschen ding vergessen nein habe ich natürlich mitgenommen ja ich natürlich nicht wo wolltest du denn jetzt sind hier lacht doch schon wieder irgendwas hier ist das ist hier sind zwei stück hier drüben kommt zurück du viel vorsicht hinter dir wie sie dich anfallen sollte die nehmen dich die nehmen dich aber richtig hart das war mein speer ne meins ist tot hier werden wir unsere probleme haben ich glaube wir müssen hier 5000 folgen machen so groß wie das ding hier ist ja alles klar von der anderen seite verschlossen nach ihr wollt mich doch alle rollen was sind denn die sachen immer verschlossen gefängnis schlüsse hier sind leute drin hier bei mir am gefängnis ich habe schlüssel gefunden zugangsschlüssel hier werden zwei zugangsschlüssel benötigt kommt man da auf den turm rauf hast du eine schaufel ja hier ist ja übel ziel ja wurde mal ich habe keine schaufel dabei irgendwo steht noch eine sehr interessant irgendwo ist immer gut immer noch nicht hoch ich ziehe jetzt ein kabel jo zieh mal man kriegt ja gar nichts durch die erde ich habe einen zettel gefunden ich habe einen code gefunden ein dettos code ein teil davon zumindest ich glaube das ist hier eine schatzjagd wir müssen bauen halte für sanftes drehen okay ich habe hier ein rätsel gefunden wir sollten erstmal vielleicht die turbinen hier anschmeißen ich suche weiter nach zetteln da ich habe ein stromkabel gefunden wer vergräbt denn bitte stromkabel unter der erde das war die schaufel nein bitte nicht was denn bist du runtergefallen was ist das nee guck gerade wo das hin muss wir müssen hier zu zählen bauen das krieg ich alleine nicht hin ja ich komme gleich ich buddel hier gerade noch ein bisschen wo muss ich denn hinkommen bist du am tor bringt ja rum auf die warte ah hier brauchen wir den code für detto an dem tor kann man jetzt warte mal benötigt eine harpune und ein kohlendioxidkanister natürlich nicht ah ja das ist eine kanone reich wir können hier mit kanonen schießen muss für mich mal stapeln stapeln dazu müsste ich erstmal wissen wo ich hinkommen soll da hinten da sehe ich dich da schon da oben springe ich andere insel andere seite geradeaus ach da sehe dich da ganz blass am horizont ich glaube da unten kisten müssten dahin müssen glaube ich auch vier ueinander und zwei daneben dann kann ich von hier das stromkabel darüber ziehen so haben wir schon mal jetzt müssen wir von da ist die turbine nicht erstmal an hier wieder hoch bauen kisten müsstest du gleich wieder nehmen oder bist du jetzt oben jetzt müssen wir nach da links wir haben keine stromkabel mehr wir sind durch mit stromkabel ich gehe weiter buddeln vielleicht finde ich da ja noch stromkabel komme ich da überhaupt drauf nenne ich muss erst hier rüber aller die du hier buddeln musst ja das ist das gefängnis da ist noch ein teil von dem code drei stück brauchen wir glaube ich ja alle hieß übelst viel zu buddeln wie sollst du das als alleinige person hier machen oder kannst du dir später noch ein bagger craften ja der braucht dann bestimmt 50 titanium barren oh sehr schön drei codes haben wir jetzt guck mal ob wir jetzt in den turm reinkommen und die erst mal weiter oh ja turm ist offen buddeln hier unten noch noch nicht reingegangen alter hier ist noch ein ganzes feld alter das ist doch ein scherz oh hier gibt es eine karte mic wo buddeln du am turm hier hinter dir da hinten da hinten hier ist noch ganz viel zu buddeln da hier ist auch noch eine reihe ja mit seiner hyänen maske hier ist alles durchgebuddelt dann lassen wir in den turm eine harpune ich hab ne harpune auf hier noch ja die brauchen wir gleich ich hab was gefunden oh mic lass zurück zum schiff warum müssen wir die vielleicht noch da hoch äh ja da müssen wir hoch auf den turm aber wir haben noch nicht den kohlendioxid äh dingens kanister heißt der ne wir gehen jetzt erstmal zum schiff ich hab da was tolles gefunden das wirst du mir niemals glauben unser schiff ist schön kompakt bin ich der meinung ja einen großen rucksack ja wir können zwei machen mike denn auf auf oh ja einen hab ich gemacht den anderen kannst du mal gucken wie viel der bringt okay eine reihe mehr ja ich hab schon ein ach so gut das bringt eine reihe mehr toll ich hab mir ein bisschen mehr erwartet also das sei jetzt enttäuschend also ist mehr wie enttäuschend ich dachte da kommen jetzt noch eine äh noch zwei rein dazu ja hier kommt nur eine reihe dazu so ein müll naja aber was willst du auch erwarten von dem spiel oh hier ist noch ein mit stromkabel ein generator der läuft sogar mike da müssen wir ja ran anschließen mit allen mit allen verbinden da müssen wir ja ran da musst du wahrscheinlich ich kann auch von 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 oder komm du mal hier rüber gelaufen übrigens die stromkabel die wir noch haben die sind nicht für hier die sind von der weihnachtsinsel ach ist doch nervig das heißt wir müssen erst suchen obwohl ich kann hier meine kiste rüber nehmen ah ja zwei stromkabel guck mal da können wir ja von hier rüber kannst du nämlich von darüber ein kabel machen und ich mach das von da drüben da kommen noch mal hoch ja da kommt jetzt strom an mike und jetzt jetzt saugt der wasser auf und jetzt müssen wir diese teile hier drehen ja hier muss wasser ran kombinieren hat er warte jetzt hängt der da fest das verwirrt mich mal mega hart habs der kriegt jetzt wasser bei dir ja das ding hat mich so hart verwirrt so jetzt hat er in der mitte ein stumm ding hier raus warum müssen die hier so viel schleicheren machen weiß ich auch nicht kann man die nicht abschneiden ich glaube das geht nicht also jetzt kommt hier was heraus das heißt wir müssen das ganze ding einmal drehen damit da dann das wasser rauskommt ja so und jetzt kriegt der wasser jetzt haben wir doch ja aber wir haben noch ein ding da hinten ist noch eins ah ne ne das ist dann die pumpe man kann das ding nicht einfach so lang gehen ja ist halt echt so ja äh ok alles klar wer füllt jetzt da oben ah ja dann komm mal mit mike ich komme ich folge ihnen kommen wir da rüber ok dann müssen wir außen rum oder wir kommen hier hoch jetzt gehen wir nämlich da hoch ja wir sind so schlau ja 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 ultra doch wie sagt huma wir sind so klug so aber ich würde sagen bevor wir das jetzt hier machen beende ich die folge und sehen dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn wir da mit dieser kanone oder mit dieser hapune in dat house da schießen ne ja alles klar leute vielen dank fürs zuschauen denkt dran abo dalassen und locke wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin Tschö Tschüssi